Die Maschine nochmal aufheulen, ab in die nächste Bahn. Und ja, Sie haben es schon gemerkt, wir haben uns das Beste bis zum Schluss aufgespart. Denn wenn ich mal so überlege, Elbe-Weser-Dreieck im Vergleich zu Niedersachsen, was macht uns hier eigentlich besonders? Niedersachsen hat irgendwo so 600 Biogasanlagen. Davon sind, wie viele im Elbe-Weser-Dreieck? 180 bis 200. Das heißt, wir sind hier, zusätzlich sind wir hier eine Milchviehregion. Futterbergung, das Thema Nummer 1. Was gehört damit dazu? Hexen. Als nächstes und als krönenden Abschluss möchten wir noch einmal das Hexelgespann zeigen. Wir haben die Maschinen aufgespart bis zum Schluss. Lassen den Ladewagen jetzt einmal durchfahren. Hier ist rechts vor links, also lassen Sie ihn vor. Bis zum Schluss. Untertitelung des ZDF, 2020